VeChain vor 30% Abverkauf. Wie wahrscheinlich das Ganze ist, von was das jetzt abhängig ist und wie wir uns hier dahingehend auch trade-technisch mit unserer kostenlosen Telegram-Signale-Gruppe platzieren möchten, schauen wir uns hier alles gemeinsam im Detail in diesem Video an. Und damit würde ich sagen, Servus und herzlich willkommen zum heutigen VeChain-Spezial-Update von Trading & Air. Ja, wir schauen uns heute VeChain hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an, gehen wie immer zu Beginn ganz kurz darauf ein, was hat sich die letzten 24 Stunden und was die letzten 7 Tage bei VeChain am Chart getan und gehen dann rüber ins Geschehen, gucken uns auch wirklich den Chart an, was ist aktuell unsere klare favorisierte primäre Erwartung, welche Levels werden diesbezüglich interessant und ja, wie gesagt, wo kann man dann dahingehend auch hier in Long- oder auch möglicherweise Short-Trades einsteigen. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über ein Kommi, um den YouTube-Algo zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Starten wir direkt rein, VeChain notiert ihr aktuell bei den 3,27 Cent und ist damit bereits auf die letzten 24 Stunden gesehen hier mit 15,44% im Plus. Und wenn wir jetzt hier gerade mal auf die 7 Tage gehen, sehen wir auch hier ein fast ähnliches Spiel, 12% im Plus gesehen auf die letzten 7 Tage. Dementsprechend sind wir hier mit einer Market Cap von 2,38 Milliarden US-Zöller hier auf Rang 36 bei CoinMarketCap. Beginnen wir erstmal auf dem VeChain-Chart auf dem Daily Time. Für die Personen unter euch, die die letzten VeChain-Videos noch nicht gesehen haben oder einfach neu auf dem Kanal sind, gehen wir einmal davon aus, dass wir hier seit unserem Low einen Impuls hier in Grün nach oben bekommen haben mit einer Extending Wave 5. Dementsprechend ist hier oben mit unserem High, mit unserem All-Time-High, unser erster Impuls abgeschlossen. Dementsprechend haben wir das Ganze hier mit einer weißen 1 markiert. Sind dann hier runtergekommen im ABC, heißt abverkauft im ABC. Fünfteilige A heißt ein Impuls. Korrektive B und dann eben hier nochmal einen regulären Impuls da unten rausbekommen. Und haben dann dementsprechend mit unserem Low hier unsere C beendet. Dementsprechend ist hier auch unsere Wellen-2-Korrektur abgeschlossen. Und wir kommen aktuell hoch in unserer nächsten Impulsbewegung, heißt in unserer nächsten weißen Welle 3. Und diese hat wohlgemerkt die absoluten Mindest-Targets hier beginnend bei den 33 Cent. Was von unserem jetzigen Preis nochmal einen Pump von ja roundabout 900% bedeuten würde. Warum absolute Mindest-Targets des 0.618 ist jetzt nicht wirklich ein übliches Target für eine Welle 3. Wenn wir nämlich jetzt mal wirklich ehrlich sind, geht es ja eigentlich mindestens eher in Richtung 1-to-1-Ageo. Das liegt aber schon bei den 2,39 Dollar. Wollen wir jetzt nicht an die Wand malen. Wir gehen aber wie gesagt mindestens davon aus, dass hier das 0.618 für diese Welle 3 relevant werden kann. Und das beginnt hier eben bei den 33 Cent. Bevor wir jetzt in die genauere Analyse einsteigen und uns hier unsere weiße 3 im Detail anschauen. Ganz kurz wie immer noch der Hinweis. Sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signal-Koppe up-to-date. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So sehen die Signale aus. Wie immer muss dazu gesagt sein, das Ganze ist keine Anlageberatung. So traden wir. Ihr könnt die Trades nachmachen. Müsst es dann natürlich nicht. Wir traden hier auf Bidget. Gibt es auch einen Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch darüber reagiert, spart ihr euch erstens 10% lebendlich in ihren Gebühren. Unterstützt ihr euch durch den Kanal und habt, wenn ihr Signale nachtraden möchtet, natürlich dann gar keine Kursabweichungen mehr. Sonst habe ich den Newskuper auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr hier den Austausch in der Community sucht. Oder einfach so kleinere Trade-Ideen oder auch Updates von uns als Outdoor aus Intraday zwischen den Videos eben nicht verpassen möchtet. Da schreiben wir einfach immer rein. Ja auch, wenn sich irgendwas zwischen den Videos getan hat, was wir im Video vielleicht nicht erwähnt hatten. Oder dass ich irgendein anderer Account dann eben hier nochmal gefestigt habe. Da bleibt ihr immer hier auf jeden Fall in der TalkNews-Gruppe up to date. Gut, ja gehen wir runter auf den 4-Stunden-Teilfilm und schauen uns aktuell jetzt erstmal hier unsere bisher noch primäre Erwartungen an. Und zwar das Ganze eigentlich wie im letzten Update-Video weiterhin aktuell. Und zwar das Ganze hier erstmal hier unten einmal im übergottenden großen 1,2-Cent unserem Low. Dementsprechend sind wir hier aktuell in unserer weißen 3 und sind auch jetzt mittlerweile in unserem Zielbereich drin. Der noch geht bis zu den 3,57 Cent. Dann erwarten wir jetzt hier also wirklich zeitnah eine größere Wellen-4-Korrektur hier in weiß. Da beginnen unsere Bereiche hier bei den 2,65 Cent und gehen runter bis zu den 2,15 Cent. Fokus liegt unserer Meinung nach hier Richtung 0,26 bis 0,382, heißt hier 2,6 bis jetzt hier 2,4 Cent ungefähr. Das ist dieser obere Bereich eben. Dann würden wir hier spätestens nochmal eine Trendumkehr erwarten. Heißt, dass wir hier noch ein letztes Mal in Richtung High-High hier pushen. Heißt, eher einen Impuls nach oben raus reinbekommen und dann wird es einfach sehr interessant. Entweder kriegt diese 5 bereits hier schon unser All-Time-High, ey was ist das unser All-Time-High, die Richtung der 4,1 Cent. Oder wir befinden uns in einem anderen Count, worauf wir eben gleich nochmal zu sprechen kommen. Grundsätzlich aber hier unsere weiße 3 nochmal in den grünen Count erteilt. Heißt hier 1,2,3,4 die Bereiche ganz schön gehittet und kommen jetzt aktuell hoch eben in unserer letzten grünen Welle 5. Und diese grüne Welle 5, die sich nochmal interessiert, hier auch nochmal 1,2,3,4,5. Demnach wäre jetzt hier bald eben eigentlich unser Top gemäß diesem Count eben gefunden. Wie gesagt, aber die Bereiche gehen noch bis zu den 3,57 Cent. Wenn wir diese Bereiche rausnehmen, handelt es sich hier wahrscheinlich um einen sehr bullischen Count, auf den ich gleich zu sprechen komme. Erstmal unsere primäre Erwartung, dass wir eben hier in diesem Bereich noch drehen werden. Dann wird es einfach interessant, in welcher Form das Ganze geschieht. Grundsätzlich gibt es hier natürlich zwei Optionen. Einmal das Ganze hier im korrektiven Move nach unten. Heißt, dass wir hier uns im dreiteiligen Move nach unten bewegen. Dann sieht es sehr danach aus, als würden wir uns hier in dem Count, den wir hier auf dem Chart aktuell auch befinden. Dann würden die Bereiche greifen, hier 0,2,6 bis 0,3,2 primär. Oder wir bekommen jetzt eben hier einen größeren Impuls nach unten. Dann gehen wir zwar trotzdem davon aus, dass wir hier in diesem Bereich Support finden werden, jedoch aber eben von einer etwas größeren Korrektur. Dann gehen wir nämlich davon aus, dass wir jetzt hier eine etwas andere Zellweise eben drauf haben. Dann würden wir nämlich hier unten eine Trunkation hier drüben reinzellen. Dementsprechend haben wir hier nur einen Impuls nach oben. Und würden jetzt hier bereits unsere größere erste 1 eben ausbauen. Und dann würden wir dann jetzt hier einen größeren Abverkauf eben erwarten, wo dann die Bereiche hier beginnen bei den 2,1 Cent und Fokus statistisch gesehen auf dem Golden Pocket bei den 1,9 Cent. Das müssen wir jetzt einfach dann davon abhängig machen, inwiefern wir jetzt hier nach unten korrigieren. Wie gesagt, sollte das Ganze hier korrektiv sein, heißt, dass wir hier einen dreiteiligen Move nach unten bekommen, greifen diese Bereiche hier für eine mögliche Welle 4, sollten wir jetzt hier jedoch impulsiv nach unten bekommen, würden trotzdem diese Bereiche greifen, jedoch aber nur kurzfristig. Dann würden wir hier einen korrektiven Move nochmal nach oben erwarten, um dann eben nochmal impulsiv abzuverkaufen. Und dann wird es einfach dieser Count, dass wir dann eben hier in unserem Zielbereich in Richtung Golden Pocket dann eben runterkommen. Soviel eigentlich zu unseren aktuellen, ich sage es mal, beiden primären Erwartungen. Was jedoch auch sein kann, was wir uns auch vorstellen können, ist, wenn wir hier diese 3,5 Cent rausnehmen, heißt unser 2er Fibonacci, dass wir uns hier etwas in einem sehr bullischen Count befinden. Den mache ich jetzt auch mal ganz kurz an. Das heißt, das ist hier die bullische Alternative, haben wir jetzt einfach mal hier pauschal auch eine Truncation grundsätzlich reingezählt, aber dann würden wir uns jetzt hier eben im Triple-One-Two aktuell befinden. Heißt, hier unten einmal ein weißes One-Two, nochmal ein grünes und dann nochmal ein türkises One-Two, woran wir dann aktuell jetzt erstmal hier in unsere Türkise 3 ausbauen würden. Heißt, dass wir jetzt hier dann relativ schnell hochkommen, wenn wir jetzt 2er Fibonacci rausnehmen, hier in unserem Zielbereich beginnt bei den 3,6 Cent, dann unsere Türkise 3 erstmal ausbauen, eine 4,5 ausbauen, dann nochmal unsere grüne 4,5 ausbauen und dann erstmal unsere weiße 4,5 ausbauen. Heißt, dann wären wir wirklich sehr, sehr bullisch unterwegs und würden hier wirklich noch ordentlich weit pumpen. Deswegen das Ganze aktuell nicht unsere primäre Erwartungen gerade dahingehend, weil wir bei Bitcoin davon ausgehen, dass dann, wenn wir jetzt hier das High nochmal holen, eben unser High erstmal drin ist und wir dann unseren größeren Abverkauf reinbekommen. Deswegen gefällt uns zunehmend einfach dieser Count besser, weil er einfach sehr schön mit Bitcoin korreliert, aber aktuell weiterhin natürlich dieser Count hier einfach valide dementsprechend. Wie gesagt, müssen wir jetzt einfach gucken, in welcher Korrektur wir hier abverkaufen, korrektieren wir hier im Dreiteiling Move, handelt es sich sehr wahrscheinlich um diesen Count, dann würden wir nochmal impulsiv in Richtung High-High kommen, bevor wir dann unseren größeren Abverkauf reinbekommen oder kriegen wir hier einen größeren Impuls rein, greifen die Bereiche trotzdem, können dann uns vorstellen, hier korrektiv vielleicht das Ganze hier Long-Trade-technisch mitzunehmen und dann hier wieder in Short-Trade einzusteigen. Das wird dann aber auch für die Zeit zeigen, unterhalten wir euch natürlich sowieso in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date. Und das soll an der Stelle auch schon gewesen sein, wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support, gerne mal ein Like und einen Komi dalassen und sonst würde ich sagen, Traderionair ist raus, wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Krypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss, 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 tschüss. Bis zum nächsten Mal.